Daniel, wie wollen wir das machen? Wenn du auf Position bist, greifen wir den Haupteingang an. Du schleichst dich rein, schaltest die Sicherheitsvorrichtungen aus und gehst zum Tresorraum. Ihr macht keine halben Sachen. Wenn man einen Gangster-Boss wie Slyro angreift, muss man es ernst meinen. Genießt die Aussicht, Nix. So oder so, das ist das letzte Mal, dass wir das sehen. Ach, hoffentlich geht es Bram gut. Er hat mir so viel beigebracht. Und wie habe ich es ihm gedankt? Da kann ich mich rüberschwingen. Halt dich fest, Nix. Wir müssen klettern. Dannion, ich sehe da vorn einen Turm. Könnte mein Zugang sein. Du bist die Diebin. Wir sind in Position und warten. Nicht runtersehen, Nix. Dannion, ich sehe das Anwesen. Äh, wie reich ist dieser Slyro doch gleich? Er gehört klar zu den reichsten Fünf im Outer Rim. Slyro hat Sarek Bash von Grund auf aufgebaut und das ist nicht billig. Es ist sein persönliches Verbrechersyndikat. Aber das ist auch schon alles, was über ihn bekannt ist. Du hast einen guten Riecher für Ziele. Wenn du reich werden willst, dann musst du dahin gehen, wo das Geld ist. Betrug... ен decisionen zu sehen. So... Etwas es? So... 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 Hier oben sieht Kanto ganz anders aus, oder nix? Kaum zu glauben, dass wir diesen Ort endlich verlassen. Es ist... keine Ahnung. Gut, wir wollten die Chance auf einen großen Wurf. Das ist sie. Okay, Damien, ich bin auf Position. Wir starten das Feuerwerk. Geh rein. Ah! Aktiviere den Alarm! Das kann man bestimmt von halb Kanto aussehen. Geht da rüber! Seht euch um! Ist hier jemand? Ist jemand in der Nähe? Man darf uns nicht sehen. Ich muss sie auf mich aufmerksam machen. Was ist das denn? So was Hübsches haben wir noch nie ausgeraubt, was? 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 Ist hier jemand? Mehr können wir nicht tun. Alles klar, passt gut auf. Das kriege ich hin. Ich frage mich, was der Rest der Wande vorhat. Was geht hier vor? Hey, verschwindet auf! Ich frage mich. Ich frage mich. Ich frage mich. Daniel, ich bin dran. Nimm den Turbolift. Das ist der direkteste Weg zu Slido's Tresorraum. Okay, Energiebarriere. Von irgendwoher muss die Energie bekommen. Nix. Such den Generator. Ah, das war's. Ach, Kameras. Wir müssen sie umgehen, Nix. Ich dachte, hier ist alles abgesichert. Ach, da ist der Turbolift. Und natürlich hat er auch ne Barriere. Er weiß Bescheid. Ich frage mich. Ich frage mich. Ich frage mich. Ich frage mich. Und jetzt – ja. Gehe mich. Ich frage mich. Ah! Hier stimmt was nicht. Los, Mix! Die sind hinter uns her! Gut, die Barriere sollte deaktiviert sein. 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 Sekunde! Was? Hier darfst du nicht hin! Was geht hier vor? Los! Der Tresorraum wartet! Leg los, Mix! Was soll das denn sein? Push! Immer passiert mir sowas. Daniel, ich bin im Turbolift. Beeil dich! Wie lange dauert es, bis die Kanto-Polizei hier ist? Das ist Slyros-Gebiet. Hier kommt keine Polizei her. Ja. Nur noch mehr Serik Bash. Moment mal! Habe ich mir wohl eingebildet. Was war das? Da ist er. Der Tresorraum. Der Tresorraum. Der Tresorraum. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Du bist nicht Sarek Besh. Was ist das? Wo ist mein Geld? Ich könnte Hilfe brauchen. Es war alles richtig. Der Code war gut. Asara. Gefunden? Nein. Aber die Sache mit Sarek Besh ist nicht wahr. Wir müssen los. Du wirst bezahlt, wenn wir sicher sind. Versprochen. Was? Keine Bewegung. Entweder zahlt ihr jetzt oder... Zahlt einfach! Wir sind die Rebellen-Allianz. Und? Wir müssen los. Komm zu uns. Kämpf mit uns für die Zukunft der Galaxis. Was zahlt ihr? Dafür haben wir keine Zeit. Wenn ihr nicht... Augen auf, Kay. Es geht los. Bringt Glück. Die Auswahl des Ziels ist entscheidend. Siehst du? Die bemerken uns nicht einmal. Du bist ziemlich jung für eine Diebhin. Äh, 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 ich... Wo bist du? Hab's vermasselt. Vorsicht! Hey! Willkommen zurück. und was hast du gelernt? Es ist nicht immer jemand für dich da. Schlaues Mädchen. Okay, ich kann's erklären. Du musst Slyro sein. Deine Freunde sind fort. Freunde? Welche Freunde? Wie lang gehörst du schon zur Rebellen-Allianz? Du meinst es ernst? Was wollen die Rebellen von Zarek-Bash? Hör mal, ich kenne keine Rebellen, aber ich kenne andere Leute. Lass mich gehen. Ich finde es raus und wir klären das gemeinsam. Du musst dir was Besseres einfallen lassen. Schlaues einfallen lassen. Erschließ sie! Ich habe hier nicht den Brust! Du bist immer da, wenn ich dich brauche, Nix! Das wüsste Nix übersteht! Was? Hier komm ich hin. Hala! Wir haben einen Einrechnung! Das schaffen wir, Nix! Wer will nicht? Wir alle! Das ist übel. Tarno, es wurde in das Anwesen eingebrochen. Es muss ein Weg hier rausgehen. Lix, versteck dich! Lix, mach kein Mox. Ich will eine Todeswahl an dir! Sofort! Ein Vermögen für den, der mir ihren Kopf bringt. Es wird keinen Ort in der Galaxis geben, an dem sie dich vor mir verstecken kann. Bitte, sei kein Milchschlucker! Ach, schon der zweite Auftrag, der schiefgelaufen ist, nix. Das ist mehr als nur Pech. Ach, neuer Plan, nix. Wir stehlen das Schiff und fliegen hier raus. Ja, das hört sich riskant an. Schlaft nicht ein, okay? Gehen der Cummix. Was? Was? Puh, das war's. Was macht die denn? Da kommt sie! Hauen wir ab! Ries, komm jetzt! Holen sie euch! Ist wie Gleiter fahren, oder? Nein! War's nicht. Tut mir leid. Macht Spaß. Ja. Los geht's. Na also, die Barriere ist weg. Puh, und los geht's. Puh, das war etwas knapp. Ach, war's geschafft. Ach, war's geschafft. Bring mich hier raus! Was? Nein, 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 nein! Hör's doch, du Mistding! Toshara. Hauptsache weg hier.